Heute ist der Liederverband! Peramon! Sehr gut! Seh mal vor! Ach, schön, willkommen! Frau Lieder! Bei Stefanie Klaus, ihr Geschwistern Stodde, Johannes und der Bruder Thomas, Andreas Hohmann, eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten! Die Kometen haben sie schon! Im Turquen-Schränkchen, Fünf-Echos und da kann ja noch was dazukommen! Sieht ja noch nominiert in der Kategorie Beste Band, Bester Song und auch Bester Life Act! Also, der Komet, bestes Video, war das Meisterwerk, geht an Silberwund! Wir wollen uns bedanken bei den, ja, bei den Fans, die das möglich war, die auch ganz maßgeblichste Teil der CS-Roll-Fäschlisch ist. Es ist der Ulrich, die Nadine, Ingo und Bernhard, die begleitet uns alles. Beno,bin! 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 WOOOOOOOH! Liebe! Melowen! 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 Boah, der sieht so gut. Dieskaut sich nicht. Das war ja super. Danke, dass es mir das Raum gegeben hat. Danke an den Tiefen, Katafurz, alle. Mit einem an dich, Ulf und Kara. Danke. Danke.